Ein Foodtruck, der amerikanische Traum von zwei jungen Baslern. Wie lange seid ihr jetzt bereit zu warten für einen Burger? Allerdings mit Problemzonen. Wenn es so schlapp macht, das hat man nicht gerne. Preisen wie im Sternerestaurant. Für den einen so einen Burger, den ich jetzt da gegessen habe, muss ich rund 70 Franken zahlen. Habt ihr das auch schon überlegt? Und einen festen Standort gibt es auch nicht. Als er mit einem Motorwagen, der fest angebracht ist, wird es keine Bewilligung auf dem Währplatz geben. Bis 2017 ist alles vergeben. Scheisse, nicht? Ja, so ist es. Grande Scheisse. Buhmann, der Restauranttester. Ab Montag, 7. März, 20.15 Uhr auf 3+.